Alles begann mit einer Sage. Aufgestiegen aus den Schatten erschien eine geheimnisvolle Gestalt, um diejenigen zu trainieren, die die uralte Kunst des Kart Jitsu lernen wollen. Die Reise verlangt Geduld, Übung und Stärke. Und scharfe Soße. Viel scharfe Soße. Für diejenigen, die Sensei besiegen und Ninjas werden, wird es heiß. Eine neue Herausforderung wartet. Bist du bereit, das Element Feuer zu beherrschen?